Unser nächster Preisträger, Wolters Kluver Deutschland mit Sitz in Köln, ist der Gewinner von vier German Stevie Awards 2020. Wolters Kluver Deutschland erhält zwei goldene und zwei bronzene Stevie Awards für ihre neuen digitalen Lösungen Caseworks Baurecht und eGov Praxis Sozialhilfe sowie als Unternehmen des Jahres im Bereich Medien und Unterhaltung. Wolters Kluver Deutschland ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Expertenlösungen für Recht, Wirtschaft und Steuern. Liebes Stevie Award Team, wir sind natürlich mächtig stolz darauf, in diesem Jahr gleich vier Euro begehrten Auszeichnungen gewonnen zu haben. Gold für Caseworks und eGov Praxis, unsere beiden innovativen Expertenlösungen für den Rechtsmarkt, ist eine tolle Anerkennung für die Leistung unserer Teams. Die Krönung ist natürlich für uns, das Medienunternehmen des Jahres für Wolters Kluver, eine tolle Anerkennung der Leistung unserer digitalen Transformation. Einen herzlichen Dank an die Jury und einen großen, großen Glückwunsch an das Team, das hinter diesen Erfolgen steht. Einen herzlichen Dank an die Jury und eine Klinik.